Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Shadow Hearts from the New World. Wir haben alle unsere Kumpanen eingesammelt und wir werden sie mal zurückgehen, damit wir dann zusammen... Ähm... Ja. Sollte ich eigentlich schon mal mit ihm reden hier? Ich habe schon ein paar Karten. Hey Johnny! Willst du vielleicht ein paar Schnappschlusskarten tauschen? Here's the Snapcards I want to trade for. Okay. Okay. Choose the items you want to trade. Okay. Wenn du mir diese Snaps bringst. If you bring me these Snaps I trade you for an accessory. I trade for a ray snap you can't get anywhere else. Okay. Okay. Estella. Habe ich das? Cardinfo? Ach so. Okay. Also man bekommt immer eine Karte, wenn man den fotografiert. Man muss sie praktisch öfters fotografieren. Das wird ja hart. Das ist ja wie Pokémon fangen. So, Miete Katz. Ich habe es alle gefunden. Du bist durch so vieles durchgegangen. Ähm... Äh... Diese zwei, die machen schon Pause. Du brauchst auch Pause. Oh, das war ein schönes Gefängnis. Oh, das war ein schönes Gefängnis. Du hast mich in das Haus für etwas schrecklich wie eine Tax Evasierung gebracht? Was bist du auf zu, Karp? Hey, ich bin gegründet. Du glaubst, ich würde dich arreste? Für etwas schrecklich wie das? Ich bin ein bisschen gegründet. Sorry. Ich habe mich ein bisschen getrunken. Was die hier für? Wenn eine Detective hier zu sehen, der Mafia boss muss, dann muss sie groß sein. Ever hear of a guy called Killer? Killer? Come on. I have no idea what you're getting at. But don't go linking the Mafia with that lowlife. Ah. Well, I guess I just wasted your time and mine. One more thing. I might as well tell you while I'm here, someone who looks a lot like Killer has been spotted right here in Chicago. What? Hey, I gotta get out of here. Right now. Hey, relax. It may just be tax evasion, but a crime's still a crime. You can think about that while you're eating the slop they serve here. Back in New York City, Killer murdered more than 30 of my colleagues. But the time has come. He's gonna pay. Ellie. That thing in New York? Something ain't right. Ellie. Be careful. Oh, he's got a nice Gefängniszimmer. I can say, that's of course from the Killer that's been a long time. What do you think you're doing? Kidnapping me like this. I want you to be my girl. I've had my eye on you for quite a while. Besides, with you and I together, Chicago will finally be mine. It's just not my style to keep on fighting over this town forever. You can't be serious. Who do you think you are? Do you think my brother's gonna let you get away with this? What's he gonna do from a prison cell? You know he'll get out soon. Yeah, perhaps. But if he does get out, it'll only be one way. And that'll be as a corpse. Ah. What do you mean? I've already got a hitman planted inside his jail. You got it? Looks like Brother Deer's no longer going to be around to protect you. Face it, baby. You are mine now. Oh, my brother. Don't do it. Why are you running away? Is it because of that, Ricardo? I just don't get you. I mean, who's the better man anyway? That no-good bum of a guitar player? Or the ruler of Chicago? Even a kid could figure that out. You don't understand. I'm in love. In love with Ricardo and Ricardo alone. You think that I'm less of a man than he is? No, you listen to me. I'm only saying this once. You're my girl. And I don't ever want you to say his name again. Who wants it? What? I don't care how. Just get rid of her fast. Oh nein, ich mochte sie so gern. Was in der Gesicht. I know he said to get rid of her, but... If the Capones find out, our lives won't be worth living. Hey, lady. Huh? Who are you guys? Can I get back to her? Al? I've got to help you. Hey! Alcatraz Prism. Das ist ja mal ein Ding, wenn ich will. Davor werden wir erstmal einen neuen Speicherprogramm machen. Die Speicherdinger sind so klein, süß. Da hinten ist Alcatraz, ich wusste gar nicht, dass das da hinten ist. Ich habe immer gedacht, es wäre weiter östlich, also an der Ostküste, nicht an der Westküste. Oh, es stinkt total. War das der einzige Eingang? Ach, sei nicht so ein Baby. Wir versuchen in das weltweit höchst gesicherte Gefängnis einzubrechen. Ich glaube, schon allein dieser Fakt ist gut genug, um keine Risiken für unser Leben einzugehen. Okay, ich verstehe es ja schon. Na gut, lass uns gehen. Okay, wir sind ja alle ein bisschen stinkend. Oh. Ähm. Customize Ring. Ich hätte gerne, dass er zweimal angreifen kann. So. Oh. Boost Attack. Okay. Ach, er hat noch nichts. Er bekommt das jetzt. So. Stellachart. Da haben wir doch auch was Neues bekommen. Hier haben wir voll. Hm. Oh, es ist ein bisschen größer geworden. Oder? Ne. Ich habe gehofft, hier ist irgendwas. Feed und Zeige. Dann werden wir nochmal schnell die Speichern. Alcatraz. So, mal jetzt. Alcatraz Prison. So, jetzt geht's los hier. Hier ist ein Hebel. Kann man nicht benutzen. Ist jetzt verschlossen? Das war nicht so, oh ne, ist nicht so unexpected hier. Äh. Was werden wir tun? Wie können wir es öffnen? Äh. Diese Art von altem, äh, altem Verschluss, altem Schloss. Ist nicht gerade dafür bekannt, dass es sehr lange hält. Also geht zur Seite. Äh, okay. Okay, ich kann es öffnen. Oh. Wie der Meister. Du hast genau... Ach, er ist gar nicht der Meister. Jetzt bin ich auch verwirrt. Du hast diese Technik gemeistert. Der geschlossenen Türen. Äh, meine Augen spielen mir irgendwelche Tricks vor. Musst du einfach nur an deinen Bauch fassen? Und da kommt ein Schlüssel raus? Äh, sag nicht so komisches Zeug. Ich bin kein Känguru. Ähm, wenn du doof bist, lasse ich dich hier. Wie ist denn jetzt in meiner Gruppe? Kann ich meine Gruppe nicht ändern? Hm, nee. Oh ja, das sieht aus wie im Gefängnis. Ziel. Da kam er, gell? Ist hier eine Wand? Ach ja, hier ist einfach nur eine Wand. Okay. Hier ist wieder hässlich. Hä, kam er nicht von hier? Von hier kam er doch. Irgendwie sah dieser Gang hier genauso aus. Äh, hey, du da. Was machst du hier? Ähm, äh, sie haben uns gefunden. Hey, warte. Freeze. Gefriere. Fight me with all you've got. Okay. Look over here. Smile and say cheese. Cheese. Oh nein. Oh nein. Irgendwie hat sich das Rennen verändert. Kann das sein, dass ich die Ringe je nach Waffe verende? Oh nein. Oh, aber nicht so viel. In gut 30% ist schon viel. Sorry, but I don't have time to play with you. Alles klar. Sie hat keine Zeit mit uns zu spielen. Alter, haben die anderen auch Level-Up. So. Guck mal mal. Oh, ein Glückstalisman. Na, ein Glück. Guck mal da. Hallo. Sie sagen, wenn du einmal hier wohnst, wird es in dir wachsen. Es ist so richtig. Wird, äh, wird es an dir wachsen. Es ist so richtig. Du musst den Kompromiss lernen. Also musst du Kompromisse lernen. Ich mag nichts. Und Patrol Jailer. Hm, ich dachte, ich hatte hier etwas gehört. Oh, what? Hm. Ich habe die noch nie hier gesehen. Einbrecher. Äh, boah, da, äh, Sinn. Boah, das nahm aber einen Haufen. Boah, das ist so richtig. Es war noch so viele. Hmm. So, jetzt hat sie Special Skills. Ah, okay. Schade. Okay, dann können wir ihn noch einmal fotografieren lassen. Ist jetzt mal gut, ey. Okay, look over here. Smile and say cheese. Cheese. Sie können sich ausprobieren. Wer hat ein Level Up? Wir haben ein Level Up. Ja, dieser Ton am Ende ist auch, das ist ja wie bei Shadow House natürlich. Puh, vielleicht sollten wir vorsichtiger sein. Hm, wir sollten, also wir sind eigentlich jetzt ganz gut drauf, ja. Von dem, was ich hörte, Capones Räumchen, also Capones Zelle, ist genau hier dahinter. Oder in der Nähe. Irgendwo ist hier. So, wir werden mal heilen, und zwar der Johnny. Wen werden wir jetzt heilen? Hier? Und hier? Ja, okay, schon, naja, auch. Hätten die bei Nathan nicht ein Haar dazwischen machen können? Ich kann da nicht Nathan sagen, das kann ich nicht. Oh, gehst du? Seal of Force. Was ist das? Item. Was ist denn ein Seal of Force? Raise User's Power. User's Max MP. Braucht denn sowas? Explanation. Explanation. Äh, sender, representer, representer, spreader, world. Raises the magic power of the user. The magic power? Ja. Hm, wer braucht das? Ich glaube, sie wird mal sehr stark. Maximal drei. Achso, na gut, steht ja da drei. Grundsätzlich braucht jetzt erstmal niemand mehr irgendwas. Ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 ückt jetzt mach's. Tschüss.